Mein Name ist Friedrich Strand, ich war vor drei Jahren noch unter 70. Mein Beruf ist immer noch Apotheker im Unruhestand. Geprägt bin ich, da ist die Kirche Herz Jesu, aus einer christlichen Grundeinstellung mit vielen Erlebnissen, wie Gemeinschaft einen tragen kann. Ich bin überzeugt davon, dass man das auch weitergeben soll. Und deswegen bei Bestopp und Gewalt, denn christliche Grundeinstellung heißt Gleichheit, Brüderlichkeit und Nächstenliebe. Und das trägt mich in diese Gemeinschaft der Männer in der Gruppe Stopp Gewalt. Die jungen Leute, so wie sie welche sind, kann ich wenig mitgeben, außer dass es auch sinnvoll ist, im fortgeschrittenen Alter sich zu engagieren. Das machen wir zum Teil mit Erfolg, auch in der christlichen Arbeit in der katholischen Pfarre, aber auch in der Gruppe.